Seit einigen Jahren setzen immer mehr Immobilienagenturen Videos und virtuelle 3D-Touren als wichtige Bestandteile ihrer Marketingstrategie ein. Die Ergebnisse sind außer vielversprechend. Immobilienangebote mit einem Video erhalten über 400% mehr Anfragen als solche ohne. Über 80% der Käufer und Verkäufer bevorzugen einen Immobilienmakler, der Videomarketing verwendet. Mein Name ist Caleb Perez. Ich bin ein professioneller Videograf aus Alaska, der seit 2017 mit einem Freelancer-Visum in Deutschland lebt. Immobilien sind im Laufe der letzten Jahre zu einer Leidenschaft von mir geworden. Und obwohl ich Kunden in mehr als 12 Branchen in mehr als 9 verschiedenen Ländern bei einer breiten Palette von digitalen Marketingdienstleistungen einschließlich Video-Werbung, Web-Design, Google-Ad-Management und Social-Media-Werbung unterstützt habe, werden die einzigen Projekte, die ich in den nächsten zwei Jahren bis 2023 verfolgen werde, in der Immobilienbranche in ganz Deutschland und im Westen der EU sein. Mein Portfolio finden Sie auf meiner Website oso-international.com, ebenso wie ein Preisblatt mit meinen verschiedenen Dienstleistungen einschließlich Immobilienvideografie und Fotografie, virtuelle 3D-Hausbeschichtigungen und ab Herbst 2021 sogar FPV-Drohnen-Dienstleistungen. Bis zum 30 Juni 2021 werde ich eine Werbeaktion durchführen, bei der das erste Projekt mit einem Immobilienmakler oder Vermittler 50% Rabatt erhält. Bitte kontaktieren Sie mich über meine Website für jegliche Anfragen. Ich freue mich darauf, die Qualität Ihrer Immobilienpräsentation für Ihre Kunden zu verbessern. Und dann bitte mit einer Werbeaktionung für Ihre Anfragen.